Die Jugendlandstrecke ist gestartet. 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 und es sollte eigentlich ab morgen freige Drecke verlöst werden. Das machen wir jetzt aber politische Mal. So, wir werden jetzt mal reingreifen in den Truffel. Oh ja! So, wir können euch ein freige Drecke erbauen. Nur uns rutschen seine Gärten. Ich sag mal Prost! Ja, das ist natürlich klar, das Los geht dann wieder in die Truffel rein und bleibt natürlich auch in der Verlosung für das Fleisch. Und wie gesagt, jeder Cent, der eingenommen wird, ist für, so wie er es in dieser Mahler sagt. so wie aktiviert wird mit Dποιen und G可. Ja, das muss ich slammer! Ja, jetzt kommt er! Warte, warte, warte! Warte, warte Warte Esfl's So, die letzte Runde läuft Warte Lux zurückgefahren. Super gemacht und damit kann sie sich in die Reihe der Rennfahrer einreiben. Lagerwässiger gewinnt vor Jasmin Müller. Auf 3, Lucy Marie Schulz. Auf 4, Michelle Dreblo. Vielen Dank.